So, liebe Freunde, weiter geht's. Wir haben ja letztes Mal hier aufgehört, glaube ich. Genau. Haben wir? Ja. Oh, du weißt den Weg? Ich bin fasziniert. Ah, jetzt soll ich die Oma nicht so rausbringen. Ich habe noch die andere Waffe. Also, wenn die dich erwischen, dann musst du eh drücken. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, ich musste auch erst über. Die kommen ja aus diesen Schächten raus, ne? Aus diesen... Ist mir aufgefallen. Ist dir auch aufgefallen? Achso, du machst schon auf. Entschuldigung. Ich bin so... Äh, der ist eklig. Ist der das? Ich glaube, ich muss nachhaben. Nee, ist er nicht. Ja, da ist doch ein Export von mir. Oh, 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 oh. Ich muss nachladen. Nun lad nach. Äh? Ich habe keine Muni mehr. Das ist natürlich blöd. Halt, ihr war ein Munitionsglip. Muni sammeln. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh, ich habe einen Nachlade- und einen Schadensgriff. Du auch? Warte mal. Ja, ich muss jetzt erst mal meine Waffen sondieren. Warte mal. Noch nichts weitermachen jetzt hier. Wenn es geht. Ich brauche unbedingt Munition. Na? Ich habe doch gesagt, noch nicht weitermachen. Habe ich auch noch nicht. Wenn du den zertretest, lassen die manche Munition fallen. Ja, ich weiß. Deswegen trappel ich da auch ab und zu mal drauf rum. Hier ist nichts zu machen. Hast du jetzt was ausgelöst? Irgendwas, ja. Ach, die Bahn hast du gerufen. Ja, siehst du, ich bin so professionell. Müssen wir jetzt überhaupt lang? Ich weiß das gar nicht. Ja, müssen wir schon. Ja, ja, war richtig. Ich komme mit. Aua. Hast du? Nein, auf mich wird immer diese komischen Dinger. So. War da Munition wenigstens? Ach, Stase. Ja, war Munition drinnen. Bei mir war Stase. Nein. Die haben schon wieder was. Ist denn was? Ich sehe die Dinger nicht. So gut. Ach, warte. Wer schreit denn hier immer? Ach, da. Nicht, geh mal ein bisschen aus der Schussliege. Geh doch mal aus der Schussliege. Ah, ich habe eine Idee. Kann der überhaupt sterben? Ja, geh mal ein bisschen weg. Eine Ersatzteilbox. Aha. Habe ich schon wieder keine Munition? Ich habe schon wieder keine Munition. Deine Gesundheit sieht wenigstens noch gut aus. Ja. Ja, mach du. Du, ich habe ein Munitionsproblem jetzt. Ja? Nur noch eine andere Waffe. Ja, da habe ich auch ein Munitionsproblem. Ich kann jetzt nur noch mit Space spielen. Dann nehme ich diese hier. Da habe ich wenigstens die Schroplinte. Hier sind aber Clips. Hier ist eine Bank. Kommt man da runter? Ja. Ui. Bank. Ja, aber hier... Hier unten liegen... Man kann noch Munition herstellen. Ja. Aber hier unten liegt ja was. Ich brauche ja nichts herstellen, wenn wir hier was finden. Und hier liegt Munition. Und einen Halbleiter habe ich gefunden. Hier liegt noch mehr. Hier ist ein Spind. Mit einem Halbleiter. Mit einem Textlock. Und irgendwas anderem. Ein kompaktes, gerichtetes Ejektionsfeld. Bist du an der Bank? Ja. Ich will gar nicht groß an Waffen basteln. Ich möchte auf jeden Fall... Ach, noch eine Platine haben wir gefunden. Ach, mein Bot. Mein Bot. Deiner auch? Wie, mein Bot. Der war wieder zurück. Ich kann... Munitionsclip. So, ich habe mal zwei hergestellt. Schaden habe ich. Schaden... Ja, ich habe einen Schaden. Das wussten wir alle. Arschloch. Ich kann dir Schaden hinzufügen. So, fertig. Ja, ich bin auch erstmal fertig. So, jetzt sieht das wieder ein bisschen vernünftig aus. Jetzt müssen wir hier. Pass auch mal auf. Kompaktes, gerichtetes Elektronenfeld oder so. Ja, kannst du mal herkommen zu mir? Ja, natürlich. Warte, wo war la... Hast du... Nee, warte mal. Bleib mal bitte bei mir. Hast du genug Munition? Ja, ich sammle gerade. Ach so, sammle mal alles ein. Weil ich muss jetzt hier so eine... Die Hindernisse wegräumen und du musst mir den Rücken freihalten. Okay. Du musst dann sagen, wenn du soweit bist, ne? Ja, kann ich. Und wenn es zu viel wird, wenn du das nicht schaffst, musst du sagen, dann höre ich auf. Wenn ich kann. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Sucher-Bot wartet an der Bank. Ah, das machen wir nachher, ne? Ja. Soll ich loslegen? Ja. Oh Gott. Na? Wie ging das jetzt? Ich sehe nicht, von wo die kommt. Ach so ging das. In der Dio. Hab schon. Ja, ich muss auch erst mal wieder reinfinden. Wurde. Der krieg noch weiter. Halt mir den Arsch frei. Ich geb mir Mühe. Ich schieße auf die Leichen besser nochmal ein. Ja. Boah, ich kann das schlecht erkennen. So vielleicht? Nein. Siehst du, was ich hier mache? Nee. Ich sehe dich ab und zu beim Hintergrund rumbruseln. Oh, scheiße. Und ich kann hier... Ich komme hier nicht raus. Du, ich komme hier... Ich habe keine Chance. Ich habe gar nicht auf meine Gesundheit geachtet. Dein Partner ist gestorben. Oh, das war jetzt doof. Nächster Versuch. Soll ich vielleicht da mal rumwerken? Ja, vielleicht kriegst du das dann auch fertig. Das krieg ich schon hin. Weil ich habe nicht viel Munition. Deswegen, ich habe doch Munitionsprobleme. Ja, ich kriege das schon hin. Achso, ich muss dann wieder das andere machen. Wozu du... Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der achtern Sektion. Ich weiß auch gar nicht... Oh, hier liegt noch alles. Das bedeutet... Warte, lass mich... Bevor du das machst, lass mich erst mal gucken, wie viel Munition ich habe. Ja, ich habe nicht viel. 60 Schuss. Ich hätte vorhin mehr. Ach, du bist schon wieder an der Bank. Ja. Das ist natürlich blöd, dass jetzt alles wieder weg ist, ne? Ja. Aber ich will jetzt keine Waffe basteln. Und wo ist jetzt der Sucherboot? Der kam gleich zu Beginn. Das wurde dir angezeigt. Ja, aber er stand aufs Sucherboot, wartet an der Bank vorhin. Ja, sobald du an die Bank gehst... ...wird... ...Freuerwarte. Ich habe nicht viel noch Material hier. Sobald du an der Bank wirst, wird der Bot entleert. Mhm. Kann man den wieder aufsammeln? Ja, du hast ihn jetzt wieder. Wir könnten den jetzt nachher gleich loslassen wieder. Wie denn? Nochmal? Ja, den einfach auswählen. Warum habe ich den nicht drin? Dann ist er nur bei mir zurückgekommen. Also, ich baue mir jetzt ordentlich Munitions-Clips. Drei war das, oder? Ja, warte mal eine Sekunde. So. Ja. Ne, bei mir ist auch kein Sucherboot. Nice. Ist jetzt auch egal, komm. Ja, genau. Soll ich denn diesmal ganz schnell, weil ich so ein Pro bin? Ja, das werden wir ja sehen. Feuer, 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 Feuer. Der Sucherboot wartet an der Bank. Ist das ein Architekt? Du sollst das Spiel lösen. Ja, wie verbindet man sie denn? Ja, siehst du, das habe ich gemeint. Mit Space. Du mach, 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 mach. Ich habe nicht unendlich Munition. Oh, ist das ein lästiges Spiel. Ach, ich muss Tetris machen. Ja, dann mach, 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 mach. Ja, jetzt ruhig, falls du es fehlt. Hast du schon ein Hindernis weggeräumt? Ja. Gut. Das zweite auch. Das ist ja einfach. Ich muss ja nur ein Optik lassen. Ach, ich habe keine Munition mehr. Gar nicht? Jan, ich kann jetzt gerade nicht. Ich habe auch nicht reingesprach. Ja, ich kann mich nicht zerteilen hier. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe dir das doch gesagt. Ich habe nicht genug. Das wird so nix. Ich habe keine Chance, Andy. Mir fehlt einfach die Munition. Ich habe den Pro. Aber ich halt... Ja, aber mir fehlt die Munition. Das nützt doch dann nichts. Verstehst du das nicht? Ja, ja, ja. Und ich konnte mir jetzt nicht mehr herstellen, wie ich hatte. Tut mir leid. Irgendwann ist denn alle. Das wären auch ganz schön viele, ne? Und das Blöde ist, dass man da nicht abbrechen kann. Und mitmachen kann. Ja. Sollte ich schaffen. Vorhin hatte ich aber noch zwei Schadenspaletten. Warum jetzt auf einmal nur noch einen? Was für Schadenspaletten? Ja, diese komischen Schadensdinge da. Schaden und Nachladen. Davon hatte ich vorhin zwei. Platinen. Ja, davon hatte ich vorhin zwei. Und jetzt habe ich auf einmal nur noch einen. Keine Ahnung. Ich hatte vorhin auch noch einen. Jetzt hatte ich noch einen. Scheiße. Dabei habe ich hier oben schon Feuerrate, Schaden hinzu. Und wie macht man das, wenn man alleine ist? Ja, weiß ich auch nicht. Da kam ich dann weg. Nicht möglich. So, jetzt habe ich die Waffe aufgerüstet. Jetzt mache ich mir noch Munition. So, mehr Munition kann ich mir nicht bauen. Wer soll denn da jetzt ran? Weiß ich nicht. Ich will erst mal gucken, was ich habe. Und was du hast. Also eine großen Waffe habe ich. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Schuss. Aber du musst dann ganz schnell machen. Kriegst du das hin? Ja. Ja. Soll ich mal starten? Ja, dann mach. Mach, 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 mach. Bereit? Ja, mach. Wo ist er denn? Zwei habe ich schon. Ja, da sind aber noch ein paar mehr. Jetzt hat mich eine. Ich habe hier erst gut. Nein, ich werde angerufen. Ja, ich bin gleich tot. Hä, das geht doch so. Das Nachladen dauert einfach zu lange. Wie weit bist du? Oh, jetzt kommt hier einer genau raus, du. Du machst, Stase. Komm, 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 komm. Der ist weg. Ich verstehe dich nicht. Aber es ist weg. Ja, wie sieht es aus? Sag mal was. Ja, ich habe es gleich. Mann. Ich habe angegriffen. Ja, ja, ich habe keine Munition mehr. Ich muss jetzt sehen, wie ich hier klarkomme. Ich habe nur noch die große Waffe. Die ist so langsam. Ich bin gerade beim letzten. Ich habe... Ja, gleich. Jetzt darf ich auch weggehen. Boah. Ich habe Tetris damals viel. Ja. Oh, wie viele kommen da denn jetzt? Ich bin mit Säure bespuckt. Da bin ich nicht so schnell. Mach die doch mal mit Stase kalt erstmal. Wenn du mit Säure bespuckt wirst, denk ich, bist du ganz langsam. Merke ich. Ich habe gedacht, das liegt daran, dass die kommen noch Leben hat. Ne, ne. Das lag... Oh. Jetzt alles schön einsammeln. Wie sieht es denn munitionsmäßig aus? Ach, da. Oh, geht. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier leuchtet noch was. So. 16 Minuten haben wir jetzt. Wollen wir eine Pause machen? Äh, ja. Kann ich machen. Bist du noch hier in diesem Raum? Ja. Was machst du denn da oben auf? Ah. Habe ich nicht vergessen? Ja, ist kein Horrorspiel. Na gut, Freunde. Dann machen wir jetzt hier ein kurzes Päuschen. Henry muss erstmal die Hose wechseln und ich auch. Bis nachher. Tschüss. 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 Vielen Dank.